Die Welt der Softwareentwicklung verändert sich rasant. Das hat zuletzt Google gesagt. Noch nie war es so spannend wie jetzt. Und ich glaube, ich habe eine Idee, in welche Richtung das noch gehen kann. Stell dir vor, anstatt Code Zeile für Zeile zu schreiben, könnten wir einfach ein Modell unseres Systems erstellen und der komplette Code würde automatisch generiert werden. Ich zeige euch das heute mal anhand eines kleinen Beispiels. Unser Partner Launix praktiziert nämlich etwas, das sich Model-Driven Development bzw. Feature-Oriented Programming nennt. MDD ist ein innovativer Ansatz zur Softwareentwicklung, der das Potenzial hat, die Produktivität zu steigern, Qualität zu verbessern und die Wartung zu erleichtern. Gucken wir uns nachher nochmal an. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern massiv. Launix hat eine komplette ERP-Software mit Feature-Oriented Programming entwickelt. Da heißt es dann, dein Unternehmen braucht eine Erinnerungsfunktion für Geburtstage zum Beispiel. Das ist dann tatsächlich ein einzelner Haken, den man setzen muss und schon kriegst du deine eigene Software, die genau auf dich angepasst ist. Schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Also, was ist MDD? Wie funktioniert es und wie könnte es die Zukunft der Softwareentwicklung prägen? Warum sind deswegen gerade irgendwie alle hyped, die davon hören? Bei MDD liegt der Fokus nicht mehr auf der Programmierung, sondern auf der eigentlichen Modellierung des Systems. Das ist im Endeffekt das ganze Konzept. Anstatt Code zu schreiben, erstellen wir lieber Modelle unseres gesamten Systems und lassen dann den Code automatisch aus diesen Modellen heraus generieren. Das klingt faszinierend, oder? Dazu braucht es nicht mal zwingend KI. Das Ganze funktioniert auch deterministisch sehr, sehr gut. Ein Modell in diesem Kontext ist eine vereinfachte Darstellung der Realität. Es ist wie eine Art Blaupause, die die Schlüsselkonzepte und Beziehungen, die eben in unserem System vorhanden sind, darstellt. Wir können Modelle verwenden, um zu visualisieren, wie unser System funktionieren soll und natürlich die Anforderungen und das Design unseres Systems kommunizieren. Kommunizieren mit unseren Stakeholdern zum Beispiel auch, die das Ganze natürlich verstehen müssen. Und da liegen die häufigsten Fehlerquellen. Gut, aber das kennt ihr an sich auch schon von UML und Klassendiagramm. Aber MDD geht jetzt noch einen Schritt weiter. Es geht nicht darum, Modelle als Design- und Kommunikationswerkzeuge zu verwenden. In MDD sind die Modelle das eigentliche Gewebe der Software. Sie sind buchstäblich der Quellcode. Wir können unser Modell direkt in eine funktionierende Software umwandeln. Bei Launix sieht das so aus. Das hier ist das Modell, oder wie sie es nennt, die Knowledge Base. Das ist aber eigentlich nur ASCII, richtig? Das heißt, dieses Modell kann sogar mit Git versioniert werden. Gleichzeitig kann aber das Modell hierhin überführt werden. Und das ist dann die UML-Repräsentation davon. Hier kann ich eigentlich wie in einem normalen UML-Diagramm alles sehen. Ich kann aber auch in die Constraints gehen und dort alles sehr, sehr genau und detailliert definieren. Wie zum Beispiel Dokumentation für DSGVO bitte automatisch erstellen und ACLs bauen und so weiter und so fort. Das sind hier nur einzelne Haken. Aber das führt alles zu einer Änderung in der Knowledge Base. Denn alle Änderungen, die ich in UML durchführe, führen auch zu Änderungen in dieser Knowledge Base. Übrigens, vielleicht seht ihr hier die Feinheiten. Die Knowledge Base ist ein bisschen an Prolog angelehnt von der Funktionsweise, wozu ich natürlich auch eine eigene Serie habe. Und die Syntax geht ein bisschen mehr in Richtung C++ Templates. Ist aber natürlich was Eigenes. Dieser Prozess der Umwandlung von Modellen in Code wird als Modelltransformation bezeichnet. Mit den richtigen Werkzeugen und Techniken können wir diesen Prozess ziemlich komplett automatisieren, sodass wir weniger Zeit mit dem Schreiben von Code verbringen und mehr Zeit mit dem Entwerfen unseres eigentlichen Systems. Die Library von Launix kann ich euch hier natürlich nicht zeigen. Die ist so ziemlich das Herzstück und überführt im Grunde die komplette Knowledge Base in den eigentlichen Code. Völlig egal in was für einen, also C++, Python, was auch immer ihr braucht. Und weil unser Code direkt aus unseren Modellen generiert wird, können wir sicher sein, dass er genau das tut, was unser Code vorschreibt. Die Idee ist also, unsere üblichen Klassendiagramme, die wir sowieso haben, zu perfektionieren, sodass wir daraus wirklich voll funktionsfähigen Code generieren können, der immer funktioniert. Okay, jetzt haben wir eine grobe Vorstellung von allem. Lasst uns mal ein bisschen tiefer reingucken und den genauen Prozess von MDD durchgehen. Normalerweise besteht der aus drei Hauptstufen, die wir uns jetzt kurz angucken. Zunächst einmal erstellt man das sogenannte Domänenmodell. Dieses Modell repräsentiert das Problem, das wir zu lösen versuchen und die Umgebung, in der das Problem auftritt. Es ist eine sehr abstrakte Darstellung von allen Schlüsselkonzepten und Beziehungen in unserem System, wie eine grobe Skizze des Gesamten. Bei Launix wäre das das UML-Diagramm, aber ohne die Details, die anschließend noch zu sehen sind. Das Domänenmodell wird dann in ein Plattform-unabhängiges Modell oder PIM, Platform Independent Model, umgewandelt. Das PIM ist eine detailliertere und spezifischere Darstellung unseres gesamten Systems, aber es ist immer noch unabhängig von der Zielplattform. Das PIM ist jetzt eigentlich das, was durch das Modell hier beschrieben wird. Es enthält schon alle Details, die sind ja, wie wir sehen konnten, im UML-Diagramm drin. Beziehungsweise, da das ja jeweils nur eine Repräsentation ist, in der ASCII-Darstellung genauso. Hier sind alle Details der gesamten Plattform enthalten. Sie definieren also alles vom gesamten System, so wie es sein sollte. Da sind alle Informationen enthalten. Allerdings sind diese Anforderungen natürlich nicht ausführbar, zumindest nicht direkt. Denn im letzten Schritt wandeln wir das PIM in ein plattformspezifisches Modell oder PSM um. Das PSM enthält dann auch die Details der Zielplattform und kann dann wirklich direkt im Code umgewandelt werden. Das PSM ist also sowas wie der konkrete Bauplan, der alle Spezifikationen und Materialien enthält, die für den Bau auf der tatsächlichen Plattform benötigt werden. Ihr könnt euch das hier als eine Art Plattform-Definition vorstellen. Der Kunde, der ein neues ERP haben will, kommt dann zum Beispiel und sagt, das soll bitte bei uns mit diesen Anforderungen laufen. Darauf lassen wir dann einen Compiler laufen, der im Fall von Launix übrigens in Go geschrieben ist. GoTutorials1 und der übersetzt dann alles in Code und das kann dann wirklich ausgeführt werden. Also zusammenfassend kann ich also sagen, die Grundidee ist immer ähnlich. Wir verschieben den Fokus weg von der Programmierung hin zur Modellierung, um alles zu steigern. Effizienz, Qualität, Wartbarkeit und insgesamt einfach den Prozess der Softwareentwicklung zu verbessern. So, aber wie üblich fragen wir uns... Das größte Versprechen ist erhöhte Produktivität, wie euer Chef das nennen würde, oder Effizienz, wie ein Informatiker sagen würde. Indem wir den Fokus von der Programmierung auf die Modellierung verlagern und eben viele Aspekte der Code-Erstellung selbst automatisieren, können wir die Entwicklungszeit deutlich reduzieren. Habt ihr das gehört? Das ist Automatisierung. Das ist der Grund, warum viele von uns Informatik machen wollten. Launix hat sich auf Enterprise Resource Planning konzentriert. Ihr könnt es euch so vorstellen. Eine Firma, die Dinge herstellt, nehmen wir einfach mal meinen Merch, brauchen natürlich T-Shirts, Caps und die Dinge, die da drauf kommen sollen. Also Fäden zum Beispiel, um was zu sticken. Das muss geliefert werden. Wenn ich jetzt eine Bestellung von, sagen wir, einem T-Shirt bekomme, könnte man schauen, wie viel ist noch im Lager und anschließend, wenn weniger drin ist, als erwartet verkauft wird in den nächsten paar Tagen, wird es direkt nachbestellt. Dann Rechnungsausstellung kann ich auch automatisieren und so weiter und so fort. Jetzt hat aber ein großes Lager vielleicht noch eine ganz andere Anforderung, nämlich überhaupt mal herauszufinden, wo bestimmte Produkte im Lager liegen. Bei Amazon ist das ein Riesending und hier gibt es spannende Algorithmen, aber sagen wir, Firma A macht es mit zum Beispiel AirTags, Firma B macht es mit QR-Codes. Beide brauchen aber trotzdem ein fast identisches, aber relativ ähnliches System, aber eben nicht mit denselben Features. Bei dieser Art der Entwicklung kann ich nun zwei Features entwickeln, aber eben beim einen Kunden nur Feature A und beim anderen eben Feature B angeben. Naja, das sind eben nicht nur ein paar, sondern halt zigtausende dieser Entscheidungen oder Unterscheidungen, die man dann wie eine Art Steckbaukasten zusammenbauen kann. Und so ein neues Feature ist sehr viel schneller entwickelt, als wenn ich das wirklich programmieren müsste. Auch die Qualität sollte hochgehen. Man hat automatisch eine höhere Abstraktionsebene, auf der man arbeiten kann. Direkt in den Software-Spezifikationen. Das verbessert das Verständnis und daher haben wir im besten Fall natürlich deutlich weniger Fehler. Und naja, wenn wir Code aus den Modellen bauen, haben wir im Normalfall Code, der nach Regeln gebaut wird. Klassisch kommt hier keine KI zum Einsatz, er ist also deterministisch. Das heißt, wenn er läuft, läuft er immer. Außer wir verändern natürlich was am Modell, was ganz ganz komisch ist. Das Schöne ist, der Compiler ist ja ein anderes Artefakt. Das hat mit den eigentlichen Modellen gar nichts zu tun. Der ist unabhängig und übersetzt einfach nur unsere Regeln, die wir schreiben, in den eigentlichen Quellcode. Der Compiler baut also dann Tests, Code und führt alles aus für uns. In den Videos von Launix war unter anderem eine Make-File übrigens zu sehen. Er meinte, das System braucht dann teilweise schon mal so 1000 Sekunden zum Fertigbauen. Aber das finde ich ehrlich gesagt für diese Komplexität absolut in Ordnung. MDD erleichtert aber natürlich auch die Wartung. Da das Modell das zentrale Artefakt in MDD ist, wird durch die Wartung des Modells, sprich Kommunikation mit Stakeholdern, gleichzeitig das gesamte System gewartet. Das heißt, man krabbelt auch nur das Modell an und der Code wird im Normalfall gar nicht berührt. Es gibt Möglichkeiten, direkt Code in das Modell einzubauen, aber im gesamten System hat er mir nur einen Fall mal gezeigt, wo das wirklich passiert ist. Warte ich also das System, verändere ich natürlich nichts am Compiler. Ich passe das System an und ich optimiere das. Beim Feature-Oriented Programming habe ich also vor allem die Möglichkeit, zu erweitern und neue Features einzubauen, was mir mehr Möglichkeiten bringt, aber nicht wirklich etwas mit den anderen Builds tut. Launix hat hier einen sehr spannenden Ansatz. Die Systeme, die Sie warten sollen, entwickeln Sie meist komplett neu für den Kunden for free und arbeiten die Features in Ihr System ein. Es ist weniger Aufwand für Sie, die Systeme komplett neu zu erstellen und dann mit FOP und MDD zu warten, als sie zu behalten. Dadurch erweitert sich aber natürlich auch die Bibliothek an Features immer mehr. Leider gibt es aber auch hier zwei Seiten. MDD ist ganz anders als reguläre Softwareentwicklung. Es erfordert von Entwicklern, und ja, ich meine euch, ihr armen Schweine, das Erlernen von neuen Werkzeugen und Techniken, was natürlich Zeit und Ressourcen kostet. Fast schon, als würdet ihr in einem Spiel gleichzeitig bauen und schießen müssen. Oh, das wäre furchtbar stressig. Ich habe vor kurzem mal ein bisschen angefangen, mich da reinzufuchsen, aber holy shit, wenn ihr von vorne anfangt, macht man alles selbst. Ihr baut euch sogar selbst erstmal eine eigene Programmiersprache für euer Projekt, die Domain Specific Language, und ihr müsst Regeln, Komponenten, alles selbst definieren. Das, was Launix macht, ist übrigens auch nochmal nicht in der Forschung üblich. Also speziell die Möglichkeit, alles zu parametrisieren, ist nicht gängig. Denn bislang gibt es noch nicht so viele Werkzeuge, mit denen man arbeiten kann. Es gibt zwar viele Werkzeuge für MDD, aber jedes hat seine eigenen Einschränkungen und Anforderungen und sie sind noch nicht so verbreitet wie jetzt ein React oder so. Dafür gibt es dann natürlich zig Ressourcen und eine gigantische Community, aber das ist bei MDD ein bisschen anders. Okay, ein weiteres Problem ist aber die potenzielle Modellüberladung. Wenn Modelle nicht sorgfältig verwaltet werden, dann können die sehr schnell sehr komplex werden und dadurch sehr schwer zu handhaben sein. Auch das fand ich bei Launix sehr interessant gelöst. Dadurch, dass sie Feature-Oriented Programming mit MDD kombinieren, passiert hier was Spannendes. Lass uns das direkt nochmal angucken. Okay, hier eine ganz kurze Intro, denn eigentlich ist das Thema ein eigenes Video wert. FOP ist ein Ansatz zur modularen Softwareentwicklung, der auf der Idee basiert, dass viele Softwaresysteme in Bezug auf Merkmale oder Features konzipiert, implementiert und erklärt werden können. Ein Feature ist in diesem Zusammenhang ein inkrementeller Endbenutzer-sichtbarer Aspekt oder eine Eigenschaft des Softwareprodukts. Sprich, ich kann etwas Konkretes damit tun. Feature-Oriented Programming konzentriert sich jetzt auf die Modularisierung und die Komposition von diesen Features. Die Kernidee ist also, die strukturelle und funktionale Trennung der Features in der gesamten Implementierung zu erreichen. Das heißt, jedes Feature repräsentiert eine eigenständige und vor allem unabhängige Funktionalität, die zu einem bestehenden Softwareprodukt einfach so hinzugefügt oder entfernt werden kann. Um das nun auf MDD zu übertragen, hat Launix jedes Feature in einer separaten Knowledge Base verfasst, was natürlich immer angepasst werden kann. Dadurch, dass aber MDD ja erstmal nur eine Definition für den Compiler ist, der dann wiederum in eine konkrete Sprache übersetzt, ist ein Feature wie beispielsweise eine veränderte Zugangskontrolle für eine Menge von Türen und Schlüsselkarten etwa 15 Zeilen Arbeit. Das reicht dem Compiler, um alles zu verstehen. Damit lässt sich dann natürlich jedes System erstmal gut und schnell definieren und man kann trotzdem alles customisen. Der Ansatz erstellt also pro Feature eine Knowledge Base, also eine Datei pro Feature. Also ich kann eine konkrete Sache machen, dann bekomme ich dafür eine Datei. Völlig egal, ob Frontend oder Backend. Bei der normalerweise klassischen Frontend-Backend-Entwicklung würden wir ja eher im Frontend den Code einbauen und dann im Backend. Und das macht es sehr, sehr kompliziert, einzelne Features dann am Ende wieder rauszunehmen beziehungsweise reinzubauen. Man muss alles ein bisschen anfassen. Okay, ihr wollt euch jetzt vielleicht mal angucken, wie das gehen kann. Schauen wir uns ganz kurz mal die Tools an, mit denen ihr MDD überhaupt machen könnt. Eines der bekanntesten Tools für MDD ist JetBrains MPS oder Metaprogramming System. MPS ist ein mächtiges Werkzeug zur Gestaltung von domänenspezifischen Sprachen, die oft in MDD verwendet werden, hatten wir ja gerade. Mit MPS könnt ihr dann eine eigene erweiterbare domänenspezifische Sprache entwerfen und dann neue Modelle mit ihnen erstellen. MPS bietet eine sehr reiche Palette von Werkzeugen zur Gestaltung und Implementierung von solchen DSLs, einschließlich von Werkzeugen zur Definition von Syntax, Typsystemen, Constraints und allem anderem. Aber es gibt natürlich auch noch mehr. MetaEdit Plus zum Beispiel ist ein leistungsstarkes Metamodellierungswerkzeug, das domänenspezifische Sprachen unterstützt. Mit MetaEdit Plus kann man zum Beispiel Code aus den eigenen Modellen auch generieren. Für diejenigen, die dann mit Java arbeiten, lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf das Eclipse Modeling Framework oder EMF, ein weiteres nützliches Werkzeug. Und ich merke gerade, dass ich zu viel Phasmophobia gespielt habe, denn bei EMF kommt mir direkt das in den Kopf. Wie viele Menschen haben Babys in diesem Bett gemacht? Zwei! Zeit, es zu drei und vier, große Junge! EMF ist aber eigentlich ein Modellierungsframework und baut auch Code aus Modellen. Allerdings ist der Großteil der Frameworks und Compiler wirklich unternehmensintern. Denn es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, MDD umzusetzen und jetzt nicht wirklich einen genauen Leitfaden, was nun am besten geht oder was nicht. Übrigens, es ist keine Seltenheit mehr, dass man aus UML-Diagrammen Code-Stubs, also quasi die Methoden und Klassen, bauen lassen kann. Aber das ist an sich keine MDD, denn ihr müsst danach ja den Code wieder anfassen und verändern. Und wenn ihr was an eurem Klassendiagramm ändert, dann müsst ihr trotzdem wieder den Code anfassen. Das ist der große Unterschied. Okay, also was heißt das jetzt? MDD wird schon heute von Firmen eingesetzt, um Code automatisch zu generieren. Klar, man muss trotzdem noch programmieren, aber eben eine Abstraktionsebene darüber. Genau das haben wir auch schon häufiger gemacht. Wer von euch hat zum Beispiel schon mal Code in Assembler geschrieben? Vermutlich die wenigsten. Die erste Abstraktionsebene waren Low-Level-Sprachen wie zum Beispiel C. Aber auch C ist, sagen wir mal, ineffizient, wenn man selber schreiben möchte. In Python oder anderen Hochsprachen geht das dann doch deutlich schneller. Niemand würde in Betracht ziehen, Cyberpunk in Assembler oder C zu coden. Aber Pokémon wurde noch so geschrieben. Aber mit MDD entsteht gerade die nächste Abstraktionsebene, der nächste Schritt der Abstraktion. Nicht mehr selbst programmieren, sondern möglichst genau definieren, was produziert werden soll und dann generieren lassen. KI kann helfen, solche Modelle zu erstellen. Sie kann vielleicht auch helfen, die Erstellung von Code von so einem Modell aus zu regeln. MDD liefert uns an sich die Ebene und das fehlende Puzzlestück, um zu verstehen, wie das so funktionieren könnte. Klar, es geht auch anders. Aber was genau sich durchsetzt, das kann man aktuell einfach noch nicht sagen. Aber ich finde die Entwicklung sehr, sehr spannend.